Ich bin überwältigt, so nervös war Chloe wegen Baby-Neves. Sie schwebt im Baby-Glück. Erst kürzlich ließ Chloe Kardashian, 33, die Welt wissen, sie und ihr Herzmann Tristan Thompson, 26, erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Obwohl das Fernsehgesicht in ihrer Show-Capping-Up-Witte Katasjans nahezu jeden Aspekt ihres Lebens mit der Öffentlichkeit teilt, gestand das Reality-Starlat jetzt, das offizielle Baby-Korkenknallen sei ihr nicht leicht gefallen. Oft fitter ließ die schöne Schwangere ihren Glücksgefühl freien Lauf, Ich war unglaublich nervös, unsere Neuigkeiten zu veröffentlichen, gab die Schwester von Kylia Jena, 20, in einem Post zu. Umso mehr habe sie das Feedback ihrer Follower überrascht, aber wo, ich bin von euren Rückmeldungen überwältigt. Danke! Ich liebe euch, Leute, freute sie sich und schoß noch ein paar Herzen hinterher. Tatsächlich konnte ihr Bauchpick nach gerade mal elf Stunden bereits unglaubliche 6,6 Millionen Leaks und über 357.000 Kommentare verbuchen. Das letzte Foto der Sozialmedia Queen sagte im Vergleich nur 1,2 Millionen Leaks und knapp 5.000 Kommentare ein. Auch einige Stunden später konnte ihr Glück kaum fassen, Ich kann es immer noch nicht glauben, schrieb sie in einem weiteren Tweet. Dazu passend zierte sie ihren Post mit einer schwangeren Emojedame. Aber nicht nur Fans des TV-Stars hinterließen ihre Glückwünsche auch Stars wie Kyle Kohle, 34, Bella Hadid, 21, und Sarah Harrison, 26, sowie Baby Daddy feierten die süßen Neuigkeiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017